LK killt, also HC. Boah, ja. Und dann... Der Vater kommt. Ja, auch heftig, auch heftig. Oh mein Gott, ich hatte einfach so Gänsehaut. Nö, ich hab mich echt nicht gerissen. Das war einfach... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! In den Türraum! In den Türraum! Sieh mal vor mir! Vor mir! Was? Bei ihm ist Erdbeben. Oh mein Gott! Was?! Ja! Ich dachte, er wäre der Lampen oder so. Holy fuck! Bei mir ist einfach Erdbeben in der... In der... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erdbeben! Alter Schwede! Ich hab so... Wie die ganze Cam bei ihm wackelt und alles. Holy shit! Oh mein Gott! Was passiert gerade? Ich hab nichts gesehen! Ein bisschen tatsächlich schlecht geworden, ganz kurz. Immer so was. Hä? Als ob grad einfach Erdbeben war. Ich weiß nicht, ob man es im Stream gesehen hat mit dem Erdbeben. Ja, hat man. Hat man gesehen? Ich muss kurz zurückspulen einmal. Ich muss mir das einmal angucken, wie es aussieht. Es hat übelst gewackelt auf einmal im Stream. Ja, es gab ein Erdbeben gerade. Das muss ich mir einmal kurz angucken. War das das erste Erdbeben? Das erste größte, was ich mitbekommen habe. Es gibt immer mal kleine Erdbeben. Es gibt es in Deutschland auch kleine Erdbeben. Die merkt man gar nicht. Aber es war das größte Erdbeben, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Der Vater kommt. Heftig. Ja, auch heftig. Ja, auch heftig. Wurde ich mir kurz um einen Korre zu nehmen. Ich hab einfach so Gänsehaut. Nö, ich hab mich echt mit mir gedacht. Alter, was? Oh mein Gott! Erdbeben! Erdbeben! Was? 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 Bei ihm ist Erdbeben! Erdbeben! Bei ihm ist Erdbeben! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Krass! 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 Der kleine Schnubel hatte so Angst! Er hatte so Angst! Wie so ein kleines Mäulchen! Er hatte so Angst! Ich hatte auch Angst! Arme Maus! Hattest du auch Angst? Ja, ich hab mich voll erschreckt, weil ich dachte zuerst, dass du... Ja, Dani, da hast du recht. Das war grad echt passend. Wo er halt so krammelt und dann hat es halt nicht aufgehört. Alter, Schatz! Oh mein Gott! Und das Ding ist, ich wollte gerade mit dem Knügel rausgehen. Ich hätte mir komplett in die Hosen geschissen draußen. Jo! Krass! 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 Es war jetzt kein heftiges Erdbeben so, aber es war das heftigste Erdbeben, was ich in meinem Leben je bewusst miterlebt habe. Also es gibt in Deutschland ja auch ganz ab und zu Erdbeben, so kleine. Aber ich hab noch nie so ein Erdbeben sozusagen wirklich live erlebt. Meistens, wenn man schläft oder irgendwie sowas, aber krass. Also im Stream hat das ja richtig gerungen. Naja. Ich hab jetzt zum Glück, ich hab zum Glück noch kein heftiges Erdbeben miterlebt so. Aber es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall, es war schon krass, wie plötzlich alles gewackelt hat, ne? Naja. Das ist bestimmt unwohles Gefühl, ey. Jaja, das ist so crazy. Du bist in deinem Haus. Das ist so seltsam, dass einfach die Wände wackeln und alles. Also wirklich, das war krass. Also du bist in deinem Haus. Alter. Und auf einmal bebt es so. Krass, krass, krass.